Du arbeitest jetzt schon regelmäßig mit ChatGPT oder anderer KI und willst perfekte Ergebnisse, wenn du promptest? So strukturierst du deine Prompts wie ein echter Vollprofi. Mein Name ist René Czoppe und heute zeige ich dir in einem kurzen Video, wie du deine Prompts in Zukunft so strukturierst, dass ChatGPT, CloudAI oder mit welcher KI auch immer du arbeitest, perfekte Ergebnisse macht. Und als allererstes schauen wir doch mal an, wie arbeiten denn normale Menschen mit einer KI? Wie prompt denn die meisten? Dann nehme ich dich jetzt einmal direkt mit auf meinen Bildschirm. Du siehst, wir sind in ChatGPT 4.0 und arbeiten jetzt mit einem Standard-Prompt, so wie viele es machen. Und das Ziel von diesem Prompt ist, dass wir einmal einen konvertierenden LinkedIn-Beitrag machen, der folgende Dinge vergleicht. Die Pizza Hawaii und das richtige Follow-up von Leads in der Datenbank. Und ich schreibe hier noch in den Prompt, schreibe ihn so, dass er Aufmerksamkeit und Diskussionen erzeugt. Das ist erstmal die Eingabe. Und mit so einem einfachen Prompt kriegen wir natürlich auch ein relativ generisches Ergebnis. Das Problem ist nämlich, wenn du über den Prompt die KI nicht weiter eingrenzt, dann hat sie ein sehr, sehr großes Spektrum von dem, was sie erfindet. Das heißt, du kannst es ja gerne mal probieren, mit diesem Prompt einmal ein Ergebnis zu erzeugen. Und du wirst merken, jeder Text ist anders. Jeder, komplett anders. Kann man jetzt für gut finden, aber so kriegst du natürlich keine gleichbeibende Qualität. Das Problem ist also, der Prompt ist zu trivial, um am Ende ein wirklich geniales Ergebnis zu erzeugen. Wir haben jetzt hier den Text und ich packe den Text einmal in ein Dokument, sodass du später auch gerne danach das Ganze mal in Ruhe nachlesen kannst mit dem Prompt vorher und dem Prompt nachher. Und dann kannst du dir genau anschauen, wie funktioniert das eigentlich im Detail. So, das ist erstmal der Start. Das heißt, wir haben Pizza Hawaii versus das richtige Follow-up von Leads. Was hat mehr Potenzial? Die Pizza Hawaii spaltet die Nationen. Die einen lieben den süßen Ananas-Kick, die anderen finden schlichtweg Fehler am Platz. Das bringt mich zu einem Gedanken. Genau wie die Pizza Hawaii schneiden sich auch die Geister beim richtigen Follow-up von Leads in der Datenbank. Wir alle haben Leads in der Pipeline. Aber wie oft ist zu oft? Ab wann ist es zu spät? Die Frage an euch. Ganz ehrlich, Pizza Hawaii, yay oder nay? Okay, kommentiert das. So, finde ich schon gar nicht schlecht, ehrlicherweise. Aber jetzt wollen wir doch mal schauen, wie strukturieren wir das Ganze. Und das Geheimnis hier ist das Markdown-Format. Das Markdown-Format funktioniert so, dass du wie auf einer Webseite deinen Prompt strukturieren kannst. Das heißt, du kannst hier anfangen und ich mache den Markdown sehr gerne mit einem Hashtag. Das heißt, du hast jetzt hier zum Beispiel dieses Thema und du würdest, also das Markdown und du würdest jetzt hier eine Rolle definieren. Du kannst natürlich auch den Inhalt definieren. Du kannst sagen, was ist gerade der Kontext. Du kannst das Ganze machen mit, wie machst du die Struktur. Und du hast hier die Möglichkeit, in jedem Bereich im Prinzip dann unter diesen Markdown jeweils eine Struktur vorzugeben und damit Sachen zu definieren. Und du kannst auch hier im Inhalt zum Beispiel mit einem Doppelmarkdown arbeiten. Also hier zu sagen, okay, was ist das Ziel? Was ist die Aufgabe? Und so strukturierst du deinen Prompt. Das heißt, du nutzt im Prinzip Überschriften und Teilüberschriften und sagst ChatJPT, okay, das ist die Rolle, die du einnimmst. Das ist der Inhalt, der kommt. Das ist das Ziel, was kommt. Das ist die Aufgabe. Das ist der Kontext. Das sind die Beispiele. Das sind die Anweisungen, die ich dir dafür gebe. Und diesen Prompt habe ich einmal so wie folgt vorbereitet. Das heißt, wir starten hier mit der Rolle. Also Rolle Copywriter. Du verstehst, wie man zielgerichtete, relevante Inhalte, wertvolle Inhalte erstellt, die das Engagement fördern und organisch Reichweite generieren. Das ist die Rolle, die wir ChatJPT geben. Kontext. Machen wir jetzt hier erstmal Ziel des Beitrags. Du willst Aufmerksamkeit erzeugen und eine Diskussion entfachen. Struktur. Nutze die AIDA-Formel. Könnte man jetzt hier zum Beispiel als Struktur mit einbauen. Da kann ich mein bevorzugtes Copy-Framework nehmen. Aufgabe. Schreibe den perfekten LinkedIn-Beitrag, der unser Ziel erreicht. Ziel haben wir ja hier angegeben. Inhalt. Jetzt habe ich hier den exakt gleichen Prompt, den ich auch gerade eben schon hatte, um das am besten, um das so vergleichbar wie nur möglich zu halten. Exakt den gleichen Prompt. Dann habe ich aber hier noch den Stil definiert. Schreibe kurze Absätze, die auch am Smartphone übersichtlich zu lesen sind. Schreibe per Du, nutze visuelle Adjektive, eine aktive Sprache. Erwähne nie explizit die einzelnen Abschnitte der Copy. Also sowas wie Headline, Subline, Problem. Liefere nur den Text aus. Achte darauf, dass der Post auf Deutsch ist. Verwende kurze, lesbare Sätze. Maximal drei Hashtags. Der Beitrag soll 850 Zeichen haben. Der Aufbau soll sich an der AIDA-Formel orientieren. Damit haben wir jetzt hier einen professionellen Prompt. Und das Ganze machen wir jetzt mal hier in einem neuen, damit wir umbefangen sind. Vor O, zack. Und machen jetzt hier mal mit genau diesem Prompt einen LinkedIn-Beitrag. So, Pizza Hawaii oder Follow-up von Leeds? Was ist kontroverser? Die einen lieben Pizza Hawaii, die anderen können anders auf Pizza nicht ertragen. Doch was hat das mit dem Lead-Follow-up an Leeds zu tun? Mehr als du denkst. Das heißt, hier siehst du schon, AIDA-Formel, Interesse wecken und jetzt mehr als du denkst, ist natürlich so ein Aufhänger. So, was hat es denn damit zu tun? Und hier heißt es mehr als du denkst. Bringt mich natürlich weiterzulesen. Stell dir einmal vor, ein Lead landet in deiner Datenbank. Das heißt, jetzt wird hier deutlich mehr auf das eigentliche Thema eingegangen. Du schreibst, ihm war das, nichts passiert. Genau wie bei der Pizza Hawaii, der richtige Zeitpunkt entscheidet. Ein Follow-up, das zu spät kommt, verliert an Relevanz wie eine kalte Pizza. Zu früh, es schmeckt auch nicht. Timing und Relevanz sind alles. Warum lieben manche Pizza Hawaii? Sie bietet eine überraschende Geschmackskombination. Dein Follow-up sollte genauso sein. Frisch, unerwartet, auf den Punkt. Deine Leads haben Interesse gezeigt. Jetzt liegt es an dir, den passenden Moment und den richtigen Biss zu finden. Schönes Wortspiel, wie ich finde. Was denkst du, der erste Eindruck oder das Lead-Follow-up wichtiger? Diskutiere mit. Und drei Hashtags. Dieser Post ist erheblich besser als der erste. Von dem gesamten Ergebnis. Ich teile ihn dir auch einfach mal. Dann kannst du ihn dir selber nochmal in Ruhe durchlesen. Ich könnte jetzt Folgendes machen und beide einfach direkt mal posten und dann mal schauen, was wird das Ergebnis. Aber offensichtlich wird hier durch den Prompt die Qualität des Postes massiv viel besser. Wenn du also deine Prompts massiv verbessern willst, nutze das Markdown-Format, die Abkürzung zu extrem guten Prompt-Ergebnissen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir gerne ein Abo da und schau mal an unserem Kanal. Hier findest du nicht nur geniale Dinge über ChatGPT und andere KI, sondern wir reden auch über KI-Telefonie, KI-Videos, über E-Mail-Marketing, WhatsApp-Marketing und alles, was das Unternehmerherz begehrt. In diesem Sinne, schön, dass du da warst und schreib mir doch mal in die Kommentare, welcher Post hat dir besser gefallen. Bis später.